was geht ab liebe leute ja was wir heute über ein thema und das ist ein thema wo wir einfach nur klarheit reden oder eher gesagt ich euch etwas erzählen und das ist einfach nur dass ihr mögt mich nicht ihr mögt meine mutter nicht im selina nicht warum guckt ihr dann unsere videos und ich bin jetzt ehrlich ich lüge euch nicht an ihr seht ihr auch aktuell auf anderen plattformen auf anderen videos oder auf anderen plattformen dass man mit tiktok geld verdient und das nicht mit live sondern auch indem ich jetzt ein video mache wo über eine minute geht so ihr regt euch auf ihr guckt meine videos an ihr beleidigt mich whatever es ist eure entscheidung aber mich persönlich interessiert das nicht was die meisten leuten dahin schreiben oder mich beleidigen weil ich mit erziehe damit einnahmen interessiert mich das nicht wenn die leute mich normal machen ich gebe natürlich unter diesem feedback als wenn die leute natürlich auch gute sachen schreiben gebe ich kommentare darauf aber es gibt auch leute die machen gegen uns videos und dafür freue ich mich ja genauso weil ich bin jetzt kurz vor den 161.000 followers und dafür bedanke ich mich auch weil würden diese ganzen menschen draußen gegen uns keine videos machen oder irgendwie stream aufnahmen machen würden wir nicht mal so viele follower bekommen und das finde ich echt super dankeschön auch dafür für eure ganzen videos dankeschön auch dass die leute alle von euren videos auf meine videos dann kommen und meine videos angucken ihr wisst ja man kriegt ja auch über eine minute dann auch money money deswegen christian aufs nüsstchen immer weitermachen liebe leute für die leute wo mich nicht mögen einfach oben auf mein profil gehen mich blockieren oder weiter scrollen in diesem sinne bleibt gesund und munter euer pascal ciao ciao